Hi Hi und Willkommen zu einer neuen Runde Mario Kart Wii Custom Track Here we go! Jo, falls ja alles ein bisschen anders klingt, wundert euch nicht, mein iPad hat meine Mario Kart Wii SD-Karte komplett erschossen Auf einmal ist sie, glaube ich, einmal durch die ganze Zeit gereist Ich weiß nicht warum, wahrscheinlich war einfach meine SD-Kartenadapter am Arsch Oder mein USB-C Teil, keine Ahnung Jedenfalls haben wir jetzt coole neue Musik Heute, Yoshi, mit Mach-Bike Hab ich letztes Jahr richtig gute Erfahrungen damit gemacht, wie ich sie einmal ein bisschen gestockt hab Los geht's! Endlich! Nach... Ah, ich bin schon 6 Minuten in der Aufnahme So, Super Nintendo Oh fuck, ich hab komplett den Turbostart verpernt Na ja, schauen wir mal, was Yoshi Mach-Bike hier in der Strecke rausholen kann Einer ist jedenfalls schon mal vorig gefallen Interessant Schaut vor... Danke, Wolke Sind wir jetzt im Recap, die Wolke flieeeegt auf mich Fuck Naja Das willst du machen Keiner war hier in der Nähe Ich hätte runterfallen können, aber... Ich weiß nicht, ob das Wurfett wär Oh, Blüschel Oh, Blüschel Bam, macht Bam Jawoy Oh, das war close Was? Die halte ich jetzt... Oh, warte mal, da kommt das nächste Item Set, gell? Die halte ich mal so übel Jetzt hier zum Schluck Fuck, fuck, fuck Oh Was war denn das für eine Hände? Ich mein, das war nicht irgendwie so knapp Aber das war richtig Blüschel, ich hab sogar den Power Dodge verkackt So, Diddy Kong Racing Star City Ja, ich hab Diddy Kong Racing gespielt Als ich klein war Aber Star City Ich glaub, so weit bin ich nie gekommen in der Story Jedenfalls Hab ich auch hier in CTGP Keine allzu guten Erinnerungen an die... Ähm... An die Strecke Da hab ich mich immer aufs Maul bekommen Aber... Das ist ewig her Damals war ich noch scheiße in dem Spiel Okay, ich bin ja immer noch nicht gut Oh! Stirb! Ja! Ja Na! No! Okay, okay, okay Mario Kartet. Oh. Oh. Lecker mio. Ich setze es aufs Maul. Danke. Ich kriege einen Blooper. Oh. Ach, das ist ein Spiegel hier. Habe ich gar nicht mitbekommen. Flushel. Jawohl. Oh. Wir waren mal kurzzeitig erster. What the fuck. Ja, gegen Bause kann ich halt nichts ausrichten. Dafür bin ich zu lahm. Was bin ich geworden? Ich glaube aber fast dritter. Nein, zweiter. Jawohl. Ha. Der Schuh hat sich nochmal ausgezahlt. Jawohl. Kiryu Raceway. Kiryu Raceway. Ist das die eine Formel 1 Strecke? Ich finde die eigentlich voll cool. Ne. Ach du meine Güte. Was ist denn das für ein Ding? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die haben schon eh nicht mehr gespielt. Die wird auch so gut wie nie gepickt. Irgendwann gibt es eine geile Musik dafür. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Das war knapp. Oh mein Gott. Da kennt man sich so hinter und vorne aus. Nein. Oh mein Gott. Nach hin, CTGP-Typ. Was? Jeder kriegt Mega-Masher-Masher-Heat. Oh, der hat aufs Maul bekommen. Oh, okay. Mann, Toad, der nimmt immer genau meine Boxen. Das gibt's nicht. Oh, okay. Okay. Wichtig, wichtig. Drive aus, hau ab! Ja! Dritter. Nice. Was ist mit Toad los? Nein, nicht Heart of China. Nicht Heart of... Nein! Ja, sie hat ein Update bekommen, aber sie ist immer noch Shit zum Fahren. Letztendlich am Geburtstag sei jeder so, What of China? Nein! Wo geht's hin? 100 CC, na immerhin. Schauen wir mal, wie das jetzt ausgeht. Aber die Mucke ist auch cool. Die erinnert mich irgendwie an... Oh, an Pikmin 251, da der... Die eine Bonus-Welter, die... Es selbstgemachte. Weiß nicht mal, wie sie heißt. Weil es Englisch ist. Ich kann mir keinen englischen Namen merken. Jetzt schlage ich mich gar nicht mal so schlecht. Glitchow? Ich bin fast noch Glitchow dran, Alter. Bin fast so gut wie ein... Max-V-Jahr-Spieler. Soll ich's riskieren? Komm, fuck it, ich riskier's. Scheiß drauf. Scheiß da nix auf Alter nix. Ups. Okay, vielleicht ist doch nur ein 150 CC-Shotcut. Okay, jetzt bin ich ganz weit hinten. Hui! Ach ja, stimmt. Jetzt kann man auch da langfahren, gell? What the fuck? Ey, man kann doch auch hier runterfahren, oder? Ja, genau. Oh mein Gott, dieses Music-Pack. Ich hab das so nicht... Bäm! Jawoll! Hier ist der Shotgun... Boah, der Shock-Dodge. Hey? Da... Hier ist der... Dangerous Rock. Hey? Nee, die... Nein! Komm, 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 komm. Huuuuh! Uuh. Okay. Vierter. Geh noch, obwohl ich so kacke gespielt hab. So, willkommen in Sunset Forest. Ach, das ist die Strecke. Uh, der letzte ist erst gespielt. Hier, letztes erst gespielt mit meiner Freundin. Jawoll. Coole Strecke. Die gefällt mir richtig. Könnt ihr vielleicht sogar... Nee, W könnte ich hier nicht wollen, aber... Ich kenne so ein paar kleine Strats. Ja, aber... Was will ich gegen den Glitch O machen hier? Nein, 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 nein. VR-Spieler. Ich hab halt keine Chance dagegen. Oh, ho, 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 sorry, Frotzi. War keine Absicht. Du warst halt einfach grad vor... Ja, alter! Bonk! Haben wir aus dem Leben gescheppert, der Typ. Hier hinten... Genau, hier ist die Ramp. Genau, hier ist die Ramp. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho, ho, ho! Uff! Uff! Naja, bei dem kann ich es aber jetzt nicht belassen. Noch eine letzte Runde. Oh jo, Lunar Lights, Lunar Lights, Leute. Hier kann echt alles passieren. Einen richtig guten Rennen bis zu... Voll aufs Maul bekommen. Aber immerhin, ein mega geiler Raymaroad Remix. Ich finde den so geil hier. Probier's. Oh yeah, der Shortcut. Frozzi hat ver... Au. Hey, der erste Schock hier in dem... Ne, doch, ich hatte noch einen richtig schönen Schockdodge. Nein, ich hätte gedacht, ich kriege noch den Chain hin. Oh, der ist jetzt aus dem Liebling Shepard. Wäre so cool gewesen. Nein! Das hat glaube ich jetzt richtig mein Rennen ruiniert, oder? Frozzi, was machst du? Der kackt auch richtig hart ab. Alter, wie weit sind denn die bitte vorne? Ich hätte gedacht, ich habe ihn aufs Maul gegeben. Okay. Um des Rennens... Um des Rennens willens probiere ich jetzt den Shortcut nicht aus. Oh, was bin ich geworden? Fünfter? Ja, ich habe noch Punkte bekommen. Oh, diese arme Frozzi. Achso, sorry, Froz Ken. Naja, Leute, das soll es heute auch gewesen sein. Ich glaube, wir hatten genug Rennen. Aber heute war es auch richtig gut. Also, Yoshimak. Yoshimak ist meine Kombo. Und jetzt gehe ich hier raus. Bevor ich noch ins nächste Rennen komme. Also dann, Leute. Servus. Und bis zum nächsten Video. Kommt recht bald. Wisst schon, Fortnite, neue Season. Mache ich immer ein lustiges Video dazu. Yo! Ciao!